Der nächste Track heißt Mr. Oxford Street ist ein ziemlich neuer Hit wir haben ihn erst einmal live gespielt viel Spaß dabei in einer Akustikversion mal sehen was dabei rauskommt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017